Guten Morgen, ich habe gute Nachrichten. Ja, es lohnt sich doch zu kämpfen. Guck mal, die Leute haben selbst eine Dose gebracht und sie legen in die Dose die Schwänzerlache. Und das Schild von Eddie macht eine Wirkung. Buzin, buzin, mekatfe ye die. Langsam, langsam kommen wir ins Ziel. Und jeder macht nur ein bisschen das, was er kann, die Sonne wird scheinen und Moshiach wird kommen. Schöne Tag, winzischoisch.